Das hier ist Peter Wells und er selber sagt, oh, das war heute nicht mein Tag. Was ist passiert? Das schauen wir uns heute an. Los geht's. Ich bin Jürgen, der Schachstratege, DBZ 2200 und ich möchte dir versuchen, Tipps und Tricks an die Hand zu geben, zum besseren Schachsteller zu werden. Das habe ich mittlerweile mit über 1000 Videos schon versucht. Schau dich also gerne ein bisschen um und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Peter Wells ist ein englischer Großmeister im Peak 2545 ELO und ist ein sehr unternehmungsfreudiger Schachspieler. Und dass ab und zu auch mal was schiefgehen kann, liegt in der Natur der Sache. Und deswegen schauen wir uns heute mal aus seiner Sicht an, was in der Partie gegen Yoshiharu Habu Hohoven 2005 passiert ist. Okay, D4, D5, Damen-Gambit, alles noch völlig normal, kriegen wir alles hin. Ich bringe jetzt D3 und jetzt E6, okay, dieses Triangel, auch das ist völlig okay. Und jetzt kann man natürlich zum Beispiel dieses Läufer G5 spielen, was zu Botwinnik-Strukturen führen kann, was Pia Kramling letztens gespielt hat. Aber man kann auch mit einfach dieses E2, E3 spielen und dann mit in die ganz großen Komplikationen aus dem Weg gehen, den Läufer ein bisschen einsperren, aber dafür immerhin den C4 problemlos gedeckt halten. Und nach Springer BD7 und Läufer D3 sind wir in der klassischen Meraner-Variante, die sich dadurch kennzeichnet, dass Schwarz erstmal abwartet, bis Weiß diesen Läufer gezogen hat, um dann hier das Zentrum kurzfristig abzugeben. Mit B5 ein Tempo-Zuge bekommen. Und jetzt will Schwarz ja im Regelfall so Züge wie A7, A6, dann Läufer B7 und dann will er C6, C5, den Gegenschlag im Zentrum machen. Und dafür muss er natürlich den B5 erstmal decken. Das ist jetzt so, dass das mehr oder weniger klassische Meraner-System. Und da gibt es natürlich auch Berge von Theorie. Hier spielt Schwarz mal nicht den absoluten Hauptzug, sondern er spielt B5, B4. Okay. Und der Springer muss weg? Ja, wir haben mehrere Möglichkeiten. A4 ist sicherlich ein solider Zug, der ein bisschen das Feld C5 kontrollieren will, hier vor dem Bauern natürlich. So, und jetzt ist Läufer B7 hier der meistgespielte Zug. Aber sein Gegner, der Yoshiharu Habu, hat auch einen sehr unternehmungsfreudigen Spielstil, wie es scheint, und spielt hier erstmal Läufer D6. Da spricht ja auch überhaupt nichts gegen. Er entwickelt eine Figur hier in die Richtung, bereitet die Rochade vor, alles tip top, hat auch Einfluss aufs Zentrum. Und jetzt hatte Peter Welser, wie gesagt, wir sind hier nicht in der absoluten Hauptvariante. Und der Peter ist ja so ein unternehmungslustiger und freudiger Spieler. Und dachte sich, ja, ich habe hier sicherlich einige, einige Optionen. Und eine davon kam ihm in den Sinn, indem er E3, E4 spielte. Und das ist natürlich ein Zug, der ist überhaupt nicht schlecht, überhaupt keine Frage. Zeichnet sich auch dadurch aus, also daran sieht man schon, dass er nicht in so Boxen denkt, ja, und Material, so juiui, als Klammern, sondern auf aktive Figuren setzen möchte. Der Läufer wird zum Beispiel befreit. Man besetzt das Zentrum, ja, droht E4, E5, eine Gabel. Quasi ist schwarz gezwungen, diesen Bauern zu nehmen. Jetzt muss man natürlich nur überlegen, was war die Idee davon. Damit C2. Und jetzt haben wir eben den Doppelangriff gegen den Springer und gegen den Bauern. Beides kann man nicht decken. Also deckt schwarz diese Figur, das macht auch Sinn. Und ja, hier haben wir schon wieder einige, einige Möglichkeiten. In der Partie hat Peter Springer G5 gespielt. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Wir gucken uns mal eben kurz an, in einer Variante. Was spricht gegen Dame C6? Und da kann man sagen, nicht viel. Der Läufer ist gedeckt. Wir greifen nur den Turm an, in Anführungsstrichen, haben unseren Bauern zurückbekommen. Der zieht also weg. Und jetzt müssten wir uns irgendwie weiterentwickeln. Haben aber auch eventuell die Risiken, dass das schwarz hier auch schnell ist. Mit Entwicklung, Tempo auf die Dame, dann vielleicht die C-Linie, noch ein Tempo auf die Dame. Deswegen müssten wir hier schon energisch handeln. Und so ein Zug wie Läufer G5 spielen. Auch wieder mit Tempo auf die Dame, schnelle Figurenentwicklung. Und wenn der Springer diesen Läufer schlüge, dann wäre eben der D6 umgedeckt. Wäre dann wieder ein Tausch und dadurch käme der schwarze König nicht zur Rochade. Also hier ist sicherlich noch viel, viel Spielraum. Und dieses Dame C6 ist absolut, absolut spielbar. In unserer Partie folgt der Springer G5. Auch interessant. Auch die gleiche Idee, diesen Springer von E4 abzulenken. Von diesem D6. Der muss natürlich mehr oder weniger geschlagen werden. Und jetzt schlagen wir auf C6. Und mit dem Doppelangriff gegen Turm und Läufer. Weiß bekommt seine Figur zurück ohne Probleme. Jetzt muss schwarz sich natürlich auch entscheiden. Ja, was tun? Welche Figur rette ich? Und so weiter. Und er kann natürlich jetzt hier versuchen, den Turm zu retten. Gibt dann diesen Läufer ab. Und dann hat Weiß wahrscheinlich schon ein Teilziel erreicht von dem, was er wollte. Nämlich, der König kommt nicht zur Rochade. Der Bauer hier auf E6 hängt vielleicht. Und der hängt ja auch gleich nochmal. Und Weiß ist schon so ein bisschen am Drücker. Also das war zumindest die Hoffnung. Und deswegen, gucken wir uns in der Variante an, in der Partie, hat sich schwarz gedacht, naja, Material, hin oder her. Und schwarz beherzigt das, was ich auch versuche. Nämlich, aktives Figuren spielen. Er zieht Springer E4 und deckt diesen Läufer hier auf D6 und gibt damit den A8-Turm ab. Den muss Weiß natürlich nehmen, sonst hat er ja nichts. So, und jetzt macht schwarz die Rochade. Und jetzt haben wir das Problem. Wir haben eine kreative Eröffnung gespielt. Ja, aber schwarz hat ja auch vernünftige, normale Züge gemacht. Figuren entwickelt, rochiert. Wir haben mit Weiß eine Qualität mehr. Aber diese Dame steht natürlich auch da oben so ein bisschen. Naja, sie wird noch mal, ich sag mal, mindestens ein bis zwei Züge, wohin auch immer, brauchen, um vielleicht wieder ansatzweise in Sicherheit zu kommen. Zwei Züge ist natürlich auch viel Geld. In Sonderstellung, ja, wenn Weiß noch nicht rochiert hat und den Läufer noch nicht entwickelt hat, die Türme sind nicht verbunden. Das ist eine Zeit, die schwarz dann natürlich hofft, auszunutzen. Nun zunächst einmal schnell die Dame wieder zurückholen. Das ist noch okay. Springer D nach F6. Deckt hier diesen Läufer schon mal ab. Der Springer kommt hier auch Richtung Königsflügel. Der kann natürlich auch über D5 mal kommen. Grundsätzlich droht aber auch Läufer. D7 Geschichten. Also schwarz macht einfach einen normalen, natürlichen Entwicklungszug. und jetzt kommt der Tag oder der Moment, wo man feststellt, oh, nicht mein Tag. Denn Weiß spielt hier den Zug F2, F3. Da kommen wir jetzt sofort zu. Wir gucken uns mal eben eine kleine Variante an. Nach dem Motto, hier, komm, lass uns mal rochieren. Das ist sicherlich auch ein Zug, den Peter natürlich gesehen hat. Aber er wollte wahrscheinlich unternehmungslustiger spielen. Nach der Rohade und Läufer D7, jetzt muss ich den A4 irgendwie gedeckt halten, zum Beispiel über C2 oder über A6, wie auch immer. Und da mit B8, ja, und dann geht es schon so ein bisschen los, da schwarz schon Druck hat hier auf den H2. Vielleicht hier noch ein Tempo gewinnt. Mit Turm C8. Vielleicht kann er hier aber auch am Königsflügel spielen, ja, mit Springer und der und die gucken schon alle so in die Richtung. Schwierig einzuschätzen für den Menschen. Wahrscheinlich muss man sich ja entweder wohlfühlen oder man fühlt sich nicht wohl. Und, ja, wahrscheinlich ist es objektiv okay für weiß, aber, und, ja, laut Engine sogar besser, aber das ist ja nicht wichtig und auch nicht viel übrigens. Aber als Mensch muss ich natürlich mich wohlfühlen. Ich muss irgendwie einen Plan haben. Ich muss wissen, wohin meine Figuren gehören. Und das hier ist gar nicht so einfach, ja, mit dieser Unterentwicklung. Und während der Gegner jetzt schon angreift, habe ich mich noch nicht entwickelt hier. Und das, ja, macht man ungerne, ungerne. Und das könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass Peter hier auf die Idee kam, F2, F3 zu spielen und zu sagen, ja, komm, tu mal den Springer weg. Wo will der überhaupt hin, der Vogel? Der hat ja gar nicht so viele Felder hier. Sieht schon mal gar nicht so gut aus, ne? Und, na ja, trotzdem ist der Zug tatsächlich nicht gut. Aber das, jetzt könnt ihr mal einschreiten, ob ihr hier eine Idee habt für Schwarz. Und die ist überhaupt nicht trivial und wirklich, boah, wenn man, dass man die übersieht, das kann schon mal passieren, ne? Auch einem Großmeister. Und sein Gegner, nur in Anführungsstrichen FM, zur damaligen Zeit, aber ein Bern starker, ja? 2, 4, 40, äh, 2, 3, 40, das geht in die richtige Richtung. Und Schwarz hat hier mit Läufer D7 fortgesetzt. In der Partie. Aber der Zug, und jetzt gucken wir uns die Variante an, Läufer H2 wäre hier natürlich schon ein Hammer gewesen. Die Idee ist, die schwarzen Felder zu kreieren, oder zu schwächen vielmehr, ja? Der Läufer ist zwar weg, aber jetzt sehen wir hier schon so, ja, schwarze Felder, und es droht ein halbes Matt auf F2, gefolgt von Turm D8 und Königsjagd, und uiuiui, ne? Und so ähnlich wird es gleich nochmal kommen, deswegen will ich hier gar nicht zu viel zeigen. In der Partie folgt aber erst noch Läufer D7. Okay. Dann zieht die Dame, muss natürlich wegziehen, den Springer gelegt halten, der Läufer schlägt den Springer, und, ja, wenn man so ein bisschen Gespür für Gefahr hätte, dann würde man es vielleicht sehen. Denn Peter hat jetzt hier einfach den Springer, äh, den Läufer zurückgeschlagen. Das ist vielleicht so ein typischer Zug, der uns auch öfter mal passiert. Ja, der Gegner schlägt von uns eine Figur, also schlagen wir zurück. Und trotzdem wäre es hier besser gewesen, wenn wir erst diesen Springer auf E4 geschlagen hätten. Nach Springer schlecht E4 droht aber Dame H4, das heißt, wir haben gar keine Zeit hier, den auf A4 zu schlagen. Und wenn ich das mit G3 abwehre, dann kommt eben Dame D7, was den Läufer deckt, und der Läufer geht zurück auf diese Diagonale, der König, und das ist jetzt, naja, der Haupt, der hat das Hauptkriterium. Weiß hat natürlich Material immer noch ein bisschen mehr, aber, erstens, ähm, der König ist hier sehr, sehr offen, im Vergleich zum, zum schwarzen König. Hier ist vielleicht diese Diagonale schwach. Die zweite Reihe ist sperrangelweit offen. Noch eine zweite Diagonale strebt hier rein. Also der weiße König kann sich hier definitiv nicht sicher fühlen. Und das ist natürlich einer der, der Unterschiede in dieser Stellung, Königssicherheit gegen Material sozusagen, ne? Beide Seiten haben hier noch, noch gleich große Chancen, aber ist natürlich eine, eine dynamische Stellung. In der Partie, hatte, äh, Peter aber hier auf A4 geschlagen, und, hatte wahrscheinlich immer noch nicht so richtig auf dem Schirm, was dieser, was dieser Springer jetzt machen soll. Denn der ist ja immer noch angegriffen, ja, und scheinbar weg. Und dieses Mal hat sich der Schwarze nicht die Gelegenheit zum Läufer H2 entgehen lassen. Eieieiei. Ja, und wenn so ein Zug funktioniert, dann weiß man mit Weiß, man hat ein Problem. Jetzt kann man natürlich nur, äh, tausend Dinge überlegen. Man kann den Läufer schlagen, oder man kann diesen Springer schlagen. Und hier muss man einfach rechnen. In der Partie folgt der Turm, schlägt H2. Wir schauen uns mal eine Variante an. Wenn hier den, äh, Springer schlägt, dann kommt hier erstmal ein Zwischenschach. Und jetzt, ja, wohin mit dem König? Am besten nach D1. Geht der König nach D1, folgt damit D4, und jetzt muss ich das Mat auf F2 abwehren, was schon gar nicht mehr geht. So schnell kann es gehen. Also muss der König nach D1, dann kommt aber auch das Schach, und jetzt sehen wir natürlich, ja, Weiß hat einen ganzen Turm mehr mittlerweile, aber, beide Türme, naja, sagen wir hauptsächlich der AA1, und der Läufer auf C1, ist natürlich auch, sind alle inaktiv. Das heißt, von dem Material, von den aktiven Figuren, die die mitspielen, die aktiv sind, hat Schwarz sogar einen Turm mehr, in dem Sinne, weil der natürlich jetzt hier auch, auch jederzeit irgendwie kommen kann. Und nach Läufer D2, Turm D8, droht schon wieder Matt, und nach damit C2, Springer E4 fällt mindestens dieser Läufer. Und dann hat Schwarz mehr als ausreichende Kompensation, dass diese Gabeln auch noch jederzeit nebenbei drohen. Diese Fesslung hier und so weiter. Und ja, da ist so eine sehr, sehr schöne Stellung für Schwarz. Da kann er sehr zufrieden sein mit. Und deswegen hat er ja in unserer Partie, hier mit dem Turm auf H2 geschlagen. Okay. Schwarz schlägt aber auf D4. Und jetzt sehen wir, oh, es droht hier auf G1, und dann ist der Turm schon wieder weg. Und die ganze Zeit hängt dieser, hängt dieser Springer hier. Ja, das gibt's doch nicht. Aber, im Grunde ist das, diese Partie, ein schönes Beispiel dafür, was Ben Feingold mit Never Play F3 meint, das einfach, das einfach diese Diagonale, dass der König hier, natürlich ganz besonders, wenn er unruhiert ist, aber selbst wenn er ruchiert ist, das bringt den König unnötig in Gefahr. Und jetzt muss, ja, weiß ich entscheiden, was macht er? Er sagt sich, pf, nehme ich den Springer. Da hängt er die ganze Zeit rum, jetzt nehme ich den. Und das ist auch ein guter Zug. und jetzt könnt ihr mal kurz über Reihen überlegen, ob ihr mit Schwarz, was ihr mit Schwarz spielen würdet, denn Initiative zu haben, ist ja die eine Sache, aber das auch nach Hause bringen und konkret berechnen und so weiter, ist ja auch die zweite Sache immer noch. Und, ja, guckt mal ein paar Sekunden rein. 3, 2, 1, Schwarz spielt Springer E4 und der war sehr, sehr gut. Wir gucken uns mal an, was passiert, wenn Schwarz hier mit Dame G1 auf Turmjagd geht und dieses Materialistische wieder in den Vordergrund rückt. Und das bedeutet am Ende, dass nach Läufer F1 die Stellung nur ausgeglichen ist. Wir bekommen zwar den Turm zurück, aber nach Dame A7, was hier auf dieser Diagonale hilft, um auf F2 zum Beispiel zurückzukommen und nach Springer E4, Läufer E3. Ja, hat Weiß eine Figur mehr. Schwarz hat zwei Bauern und immer noch ein bisschen Initiative, aber das reicht nicht mehr für Vorteil. Zumindest für nichts Forciertes. Und deswegen ist der Zug Springer E4 viel, viel besser, weil jetzt neben Dame G1, was ja immer noch droht, quasi, aber auch so Geschichten wie Dame F2 vor allem drohen. Und Weiß hat die Problematik, was spiele ich jetzt überhaupt? Der Turm hängt hier immer noch, ich habe immer nichts entwickelt und Schwarz sagt sich, ja, dann gehe ich halt zurück mit dem Turm, deckt die Grundreihe, das Feld G1 ab. Dame F2 Schach, Turm D8 Schach und ihr seht, ja, Läufer D2 geht auch schon nicht mehr und jetzt nach, nach König C2 hängt dieser dieser Läufer hier einfach, Schwarz bekommt schon mal die ersten Tauben zurück, König B1. So, und wie geht es jetzt hier weiter, Freunde? Und, äh, Dame D3 ist jetzt zumindest erst mal der offensichtliche Zug, ja, aber wer von euch, wer von euch Dame D3 spielen würde, der vergibt einen Großteil des Vorteils, denn jetzt kann Weiß mit Dame C2 versuchen, die Dame zu tauschen. Dann im Tausch wäre natürlich der Angriff sofort beendet und Schwarz hätte immer noch die Qualität weniger, also Weiß hätte sie mehr und könnte dann was versuchen, ja, zum Beispiel so und irgendwie mit, mit A3, A4, irgendwie, man hat die Qualität mehr, wer weiß, wofür sie gut ist. In unserer Partie dachte sich also Schwarz nach, das Schach hier auf D3 ist nicht so erfolgsversprechend. Was habe ich denn hier aber noch für Möglichkeiten? Und dann kam er wieder auf eine wunderbare Idee, ja, und jetzt, es geht natürlich nur noch um den König hier. Springer C3, Doppelruf, erst mal ist Schach matt, König kann nicht ziehen, also muss der Bauer den schlagen. Und jetzt schlägt der Lauf, der Bauer einfach zurück und jetzt sehen wir, jetzt hat sich die B-Linie geöffnet, das heißt, der schwarze Turm droht über die B-Linie, jetzt erstmal Schach respektive matt immer zu geben, ja, und nebenbei droht dann ja auch immer noch mal Dame D3 und dieser Bauer selber ist auch super, super gefährlich und hier kann Weiß einfach nichts mehr machen, um seinen König ausreichenden Schutz zu geben. Er versuchte Läufer A3, aber nach Turm B8 Dame B3 in der Hoffnung ja, ein Besänftigungsopfer, aber Schwarz kann hier viel, viel besser spielen und hier könnt ihr mal kurz reinschauen, ob ihr das seht. 3, 2, 1, Schwarz kann nämlich ganz, ganz einfach gewinnen, indem er jetzt hier Schach gibt. Die Idee ist, jetzt kann die Dame nicht zurückziehen, wegen der Fesselung und auf König C1 folgt damit D2 Schach und hier hat Peter Wells aufgegeben. Warum? Weil im Zweifelsfalle, wenn er den König ziehen muss, machen wir als Variante, dann kommt nämlich eben dieser Bauer vor mit Schach, der kann nicht geschlagen werden, immer noch wegen dieser Fesselung und auf König B2 wandelt der Bauer um und doppelt Schach und dann wäre es Schach matt. Also hat Peter nach Dame D2 in unserer Partie aufgegeben. Ja, nicht der Tag des Peter Wells. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.